Applaus 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 Wir sind hier in den Freisheit. Ah ja, wir genießen es. Ist das schön, dann kommt man oben. Ich auch. Man wollte mal gute Texte sich ja bringen. Applaus 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 Ah, die Künfte ist auch so. Wo ist die Monika gekommen? Nein, Lina! Dass du bloß nicht abkriegst mit der Kamera, bei zwei, drei Viertel oder so. Wenn du vorm Fernseher sitzt, dann müssen alle drei Runde drauf. Lade los! Wenn du kurz in die Küche musst, gegen den Bier, würde ich eher noch einen Viertrund laufen. Das ist dann bloß sicher. Ich glaube, da kann man wie noch was rausschneiden, reinsteiden, falls die Szene nicht löscht. Da hat ein bisschen was für die Küche hingekommen. Hier, ich hab... Ich hab... Ich fehle Nüller, die blaue Anzeige... Ja, das ist ja... Ich würd... Ich würd aufschliegen, dass... Ja... Ich bin mitgespielen, oder? Ja... 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 Ich hab nur einen halben Nord bis zum Erdmüsch, oder? Ha? Ja. Ja. Das ist meine Damenbote. Weide. Das ist meine Damenbote, genau. Gibt's gar Kinder? Oder ist das Weident oder was? Das Schäfguck von Auwe. Das ist cool. Ja, ganz geil, total. Das ist so länger dran übermeldet, gell? Ja. Der ist gleich im Kopf. Frau Lieg, ist gleich mit? Ja. Der ist so schnell. Oh Gott. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.